servus grüßte und herzlich willkommen in skyfactory 3 mit mir den wäuperdinger 2000 dass du wieder mit dabei bist und so schaust was wir hier so treiben und nachdem wir letztes mal den reaktor gebaut haben und endlich mal genug strom unterwegs ist habe ich mir gedacht ich könnte einmal wieder hier den den spawner für die witterskeletons anschalten und ja die jungs die kommen auch wieder fröhlich und machen hier schon langsam aber fröhlich ups immer mehr köpfe für uns das gefällt mir ganz gut du siehst ich habe hier 388 neta stars noch in der tasche ich war auch noch kurz zwischen den folgen mal schnell im neta und habe da in unserer schönen witterskeletan geschichte noch ein bisschen ja mal so acht neta stars gemacht weil ich mich festgestellt habe es ist keinem system gewesen wenn wir dacht macht mal schnell ein paar damit wir hier dann loslegen können genau und deshalb wollen wir ja eigentlich endlich mal diesen mob grinder basteln von draconic evolution damit wir dann endlich einmal anfangen können hier witterskeletons automatisch zu töten und so genau da müssen wir das erwägen draconien basteln und das machen wir deswegen haben wir den ganzen schmarrn ja angefangen indem wir hier mit weibern tiers die wir ja gebaut haben vier draconien blocs da hinein stopfen und das sollte es funktionieren wir brauchen eins zwei drei vier fünf sechs draconikors und ein herz draconikors sei es gesagt sechs stück macht die mal bitte auch das geht ja zügig hier haben wir schon dann brauchen wir das herz und da müssen wir dann dafür sorgen dass man auch bald welche haben wieder und wir brauchen was habe ich gesagt ein draconik block machen wir doch da auch mal schnell einen ist ja auch zügig gemacht sehr gut dann gucken wir mal wo wir das hinkriegen das ist das breite und mal kurz platz glaube ich noch einen 1 ups 2 3 4 5 6 das herz und den draconik block da oben rein oder naja fehlt was fehlt was da fehlt was was fehlt denn jetzt wieder ähm was habe ich noch vergessen 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 und ein herz draconik 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 draconikum block äh öh und da ist ein herz hallo warum geht das jetzt nicht das ging doch das letzte mal alles so toll ich bin äh bin schon wieder irgendwie hä sehr merkwürdig ja da könnte man das so ja aber die müssen doch nicht so links und rechts auf der seite sein hauptsache ich habe nur ein stück davon oder anscheinend nicht irgendwie tut es nicht wie ich mir das schon wieder vorstelle das ist doch schon wieder echt blöd ihr seid zweifern ja hm strange ja nicht alle 6 da rein verstehe ich nicht ich verstehe es nicht und das herz ist tu jetzt mal in die mitte es ist eigentlich wurscht wo wir es hintun oder bist du schon wieder zweit weg ne du bist aber auch noch eins weg ich habe doch letztens hier noch wunderbar kraften können ach leute es ist doch immer selbe oder ich will was machen und es funktioniert nicht haha ähm du hast aber Strom theoretisch jo wäre da und eigentlich hätte so ist da der Startbutton auftauchen müssen hier hier wäre er da wäre er ist aber nicht da hm sagt das schleue Buch irgendwas schleues Buch sagt das spült fitz ab oder nein nicht mal sehr gut ähm fusion crafting hm aber ich habe die anderen doch auch so kraften können darin verstehe ich es gerade nicht ich verstehe es nicht nein 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 ganz ehrlich ich verstehe es gerade wirklich nicht draconik Chor 1 2 3 4 5 6 draconik Chors und ein Herz ach 4 haha ok da ist der Fehler alles klar lalalalalala 4 brauchen wir das ist der crafting monitor das ist das falsche nehmen wir das da hm man draconik da brauchen wir halt noch 3 ok so man sollte halt die Rezepte richtig lesen schau um plötzlich geht's oder auch nicht machst es du was ja der Diesel ist angesprungen ok das braucht es eine ganze Zeit oder 8000 höchste baust ich glaube ich muss hier die aber das ist doch die ne 20.000 höchste baust maximum ok das dauert jetzt einfach ewig oder na gut lassen wir das mal laufen hier wir müssen ja wenn wir den Mobgrinder dann haben noch ein paar Sachen machen mal gucken ob wir das hinkriegen mal gucken ob ich es aus dem Kopf hinkriegt wir müssen ja den Witter spawnen lassen wie machen wir denn das und dann muss der von dem Mobgrinder sofort getötet werden ich glaube das könnte funktionieren ah nur den Witter spawnen wir müssten mal vielleicht so ein paar Witterproof Geschichten noch basteln Witterproof Witterproof Blast Resistant Mystical Agriculture ne das haben wir nicht ähm Environmental Tech so haben wir auch noch nichts da ähm was bist du denn ok whatever Witterproof Glas nein ich brauche ich könnte das Ding im Netter abbauen das brauche ich eigentlich nimmer da hätte ich doch meinen Reinforced Obsidian oder wir könnten auch schon ein Glas basteln Witter Skeleton Skull gibt Reinforced Glas dann können wir da rein das machen wir jetzt weißt was während das hier am Kraften ist und ewig brauchen wird fängt das überhaupt an tut das überhaupt irgendwas hm schwer zu sagen ne sollten wir ihn vielleicht nochmal unterstützen mit einem Knödelchen Knödelchen ist der Pl ja setzen wir halt hier nochmal ein Knödelchen in die Mitte sagen Select Network nehmen wir aber auf Basis Strom ich glaube da kommt einfach zu wenig Strom raus das dauert ja ewig und drei Tage hier ich glaube das überträgt zu langsam kann es sein hm und was machst du du bist es wahrscheinlich voll am Gürtel geht oh der geht die ganze Zeit rauf und runter das ist natürlich auch ein bisschen albern aber mein Gott ja das ist nicht gut hier das braucht glaube ich zu viel Strom hm können wir das abwarten dass da überhaupt mal irgendwas passiert ich glaube nicht oder wir könnten ja da eigentlich überall der räumt uns das Ding der es ist nicht gut ich nehme es hier nochmal so ein paar so Ender Dinge zwei Stück um genau zu sein ich pumpe hier mit drei raus aber ich habe hier auch noch einen Knödel dran Capacitor Out ist das okay trotzdem habe ich jetzt hier nochmal einen hin und da nochmal einen hin bringt der Diesel bringt der gar nicht mehr oder ich glaube Diesel bringt der maximal nur 8000 naja ok hm 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 schwierig aha ich glaube das ist keine gute Idee ja blöd blöd ja dann machen wir es jetzt anders komm ich ich habe da nicht ewig Zeit dass das Zeug hier ähm ja das ist natürlich ganz praktisch vielleicht sollten wir hier mal einen Boden hintun damit wir hier ein bisschen was mit Shift machen können ähm gebe mir mal einen Haufen Stein und gebe mir mal eine Wand genau ähm die hier wie weit muss ich denn da raus bis daher ungefähr und lasst uns hier mal die Wand ein bisschen weiter also den Boden ein bisschen weiter rausziehen gut dann äh mach das Ding mal weg hier gebe mir mal die Fackeln so das war jetzt wieder alles nicht so ganz geplant und F7 und hier mal ein Licht hin und da mal ein Licht hin und da mal ein Licht hin so dann gib mir mal hier noch ein Plax ein paar wir nehmen alle weil wir haben es ja dann machen wir es so weißt und dich bauen wir ab und dann kriegen wir das schon gebacken oder select network basis Strom basis Strom basis Strom oh man wer hat unser Reaktor was zu tun das passt doch auch das passt doch auch basis Strom basis Strom und basis Strom das müsste man hier wahrscheinlich nochmal sagen wir tun es nochmal raus und rein kann man sich jetzt irgendwie abbrechen ist das jetzt tut es dir was oder tut dir nix ja das wenn ich jetzt wüsste mein Gott du da wolle ich uns ja in den neuen Mods dann kennt er sich nicht aus gell das ist ah jetzt jetzt start nochmal jetzt muss er aber hier unseren Dings eigentlich wieder saugen nö hm muss jetzt heißt nicht irgendwas passiert schon langsam müsst ihr mir erzählen dass ihr zu wenig Strom liefert du kannst ja mal weg so du bist auf basis Strom ich habe das Ignore Limit ja keine Ahnung ja keine Ahnung Start da passiert nix kann ja nicht sein dass es dass der jetzt wenig Strom gibt oder der müsste doch jetzt leerlaufen anfangen Moment mal ich habe die falschen Dinger hin ich hält oh man wie peinlich davon brauche ich vielleicht noch acht Stück das sind die falschen und keiner sagt es hocken es wieder alle nur da und lachen mich aus und keiner sagt es schnüff da kann natürlich nie was werden wenn ich da die falschen Dinger hinhänge man 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 du die bringen doch Strom die bringen die liefern doch keinen also besser gesagt die liefern ins Netzwerk aber die holen es ja nicht raus hei 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 du okay äh ja plug nein nicht die plugs die points ich brauche die points komm points da haben wir sieben acht ich brauche noch einen haben wir ja gleich beieinander oder es kommt mach hin also wenn der Diesel oder die Leitung zu wenig Strom bringt das ist ja schon heftig eigentlich äh hallo klank 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 so basisstrom basisstrom machen wir es halt nochmal basisstrom äh rein da na komm basisstrom basisstrom ah das war jetzt wieder peinlich gott 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 aber mei so ist es halt gell so ist es halt wieder mal eine Folge voll verblödelt das ist jetzt inzwischen auch schon gewohnt von mir nichts klappt so wie es klappen soll und irgendeiner hat mein Herz geklaut ich okay aber jetzt es müsste aber da Strom rausziehen oder oh ja es wird aber weniger oh schau dir das an du ei 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 okay das kann brauchen der ist auch schon leerzogen uuuh 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 okay 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 ei 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 du weißt was wir unterstützen durch den diesel die basis sonst wird das ja nie fertig ich hab doch hier so ein ne hab ich hier nicht mehr aber ist ja egal ich kann doch hier hergehen und da noch so ein jetzt hab ich's alle weg da noch so ein plug hin tun oder du sollst Strom liefern und zwar im basis oh god wow jetzt zieht er aber du spinnig ich denn okay wo hängst denn du eigentlich dran an Capacitor out passiert hier jetzt irgendwas mal annähernd nö ich glaub wir müssen einfach warten okay das kann das kann die ganze Zeit lang dauern oh jetzt hat er's cool okay na gut haben wir das auch so der saugt nicht mehr du bist dabei dich wieder aufzufüllen hör mir auf und du bist du wieder voll oder cool das war jetzt aber schon grad eine schwierige Geburt das soll ich hier zu kriegen okay wir haben unseren Block das ist ja auch schon mal was wert da machen wir jetzt mal Einzelteile draus dann kriegen wir zumindest vielleicht den Mob-Kreiner noch gebaut oh man du Wahnsinn also ich brauch einen Generator da brauch ich einen Drakonic-Core dafür und hier brauch ich einen Waiwan-Core okay ich brauch einen Drakonic-Core bitte und ich brauch einen Waiwan oh und er klaupt mir den Drakonic-Core wieder also nochmal Drakonic-Core gut ähm haben wir das Grinder dann brauchen wir den Generator da fehlt's an oh Gott ziemlich allen Sachen es fehlt an einem Furnace das ist ja noch das kleinste Übel und es fehlt an Netabricks wieso habe ich denn keine Netabricks Netabricks kann ich aber kraften vier Stück missing Netarack wo ist ach du Scheibenkleister aus euch kann ich nichts machen umgekehrt kriege ich da wieder Dinger raus in das Säckmüll okay Säckmüll 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 haben wir auch irgendwo rumstehen ne wir haben einen Crusher Säckmüll hier ist sie hop gut na haben wir doch alles da alles nicht so schlimm ähm Grinder jetzt das du was kann denn dieser Generator eigentlich wie viel liefert denn der sagt er mir das irgendwo nö sagt er nicht aber ich meine für den Generator ziemlich teuer das Ding hm das könnte man wahrscheinlich im Buch nachgucken oder so den Beiwand haben wir aber es fehlt mir jetzt hier die Schwerter und der da oder ok dann machen wir mal hier 1 2 3 davon hä Generator Generator Ah Mobgrinder dann haben wir mal kurz hier in dieses Buch reingucken ähm Dragonic Evolution der Generator steht da irgendwo 4 ok ist gerade eben das Spiel abgestürzt weil ich mal wieder ins Dragonic Evolution Buch zu lange reingeguckt habe das passiert immer wieder ich habe keine Ahnung wieso aber wir haben es noch kurz gesehen 84 RF bringt der Generator von Dragonic Evolution ich meine es ist sau teuer für das wenig RF würde ich mir im Leben so nicht bauen muss ich ehrlich sagen ok aber die Folge ist ja eigentlich eh schon durch so ich werde mir jetzt zwischen dir in der nächsten Folge mal gucken wo wir eigentlich unseren Witter aufbauen wollen ich meine den möchte ich jetzt nicht unbedingt direkt gleich hier bei mir haben das ist nämlich dann auf Dauer vielleicht nicht lustig wenn der aus so sehen doch mal auskommen sollte oder explodiert und Sachen kaputt macht hallo da fehlt die halbe Basis ah jetzt das ok ich würde sagen das bereite ich mal ein bisschen vor ich werde irgendwo hier rausgehen irgendwo da buff werden wir den mal hinsetzen genau und in der nächsten Folge schauen wir dann dass wir das vielleicht schon hinkriegen dass wir es automatisiert nicht dass da es basteln können werden wir sehen werden wir sehen und ich muss auch überlegen wie ich es genau mache auf jeden Fall ja war es das jetzt für diese Folge ich hoffe es hat dir gefallen wenn ja würde ich mich freuen wenn du es beim nächsten Mal einfach wieder mit einschaltest wenn wir dann gucken wie wir jetzt an unseren Netas da schon langsam mal für immer und ewig auf die Reihe kriegen und genau und dann noch ähm müssen wir dann dafür sorgen irgendwann dass wir ähm Drachenherzen kriegen vielleicht auch ein bisschen automatisierter die kann man ja nicht kraften ne so ein Hard also hier zumindest nicht ne ne kann man nur zum kraften benutzen aber man kann es nicht kraften Dragon Egg Mill genau wer es braucht alles klar ja dann war es das für die Folge ich hoffe jo es hat dir gefallen und du bist beim nächsten Mal mit dabei dann mach's gut bis dahin ciao ciao und servus äh ja noch mal